Okay, Guys, also, ihr wisst ja, bei He, She, It, na, na? Hier, Mr. Handsome! Ja, Hanna? Das S muss mit! Ja, genau! Hier, Mr. Handsome, das S muss mit! Wer soll das denn alles wissen hier und dann noch in Englisch? Das sprechen wir doch gar nicht! Oh Mann, komm wieder da hinten aus der letzten Reihe! Hör einfach nicht hin, Hanna! John, ich sag dir, diese Hanna, das ist so eine große Streberin! Also, die größte Streberin hier auf der Schule! Das ist sowas von peinlich immer! Achso, ja, wirklich? Ach, okay, okay, ich wünschte, ich könnte neben Pia sitzen! Okay, Kids, that's it! So, ihr habt dann jetzt Pause, wir sehen uns morgen! Hey, Hanna, alles in Ordnung? Das war wieder total blöd in dieser Stunde! Richi hat die ganze Zeit von hinten genervt und mich nachgemacht! Ist doch egal, komm, wir gehen jetzt auf den Pausenhof! Nee, ich bleib heute drin, mir ist kalt! Ach, guck mal an, der Streberin ist kalt! Nee, mir ist kalt, war ja klar! Hey, sag mal, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Ich rede mit dir, hab ich gesagt! Ich rede aber nicht mit dir, zumindest nicht, wenn du mich ärgerst! Lass mich in Ruhe! Äh, Richi, Hanna, ist hier alles in Ordnung? Nicht, dass das gleiche passiert wie auf dem Pausenhof! Äh, nein, nein, Mr. Handsome, nein, nein, äh, wir sind jetzt beste Freunde! Ja, ja, Hanna und ich sind wirklich beste Freunde jetzt! Was von Lügner, wir sind überhaupt nicht beste Freunde! Äh, du, Pia, weißt du eigentlich, was mit Hanna los ist? Also, ich weiß, dass Richi von hinten immer nervt, aber normalerweise interessiert sie sich doch nicht für diese Kommentare! Hm, keine Ahnung, in letzter Zeit ist sie, was das angeht, echt schlecht drauf! Also, Hanna nimmt sich das wirklich zu Herzen! Oh Mann, du musst einen anderen Algorithmus ausprobieren! So funktioniert das einfach nicht! Wer ist hier der PC-Spezialist? Ich oder du? Ich versuch's doch so, ich versuch's doch so, aber es klappt mal wieder nicht! Ich glaub, die haben eine neue Software hier, eine neue Firewall, aber die kann ich auch noch knacken! Oh, war klar, dass dieser Raum auch besetzt ist! Ich wollte einfach mal für mich sein! Äh, ist das denn nicht diese Hanna-Vogel? Hey, guck doch mal! Ich bin grad im Tunnel, lass mich! Äh, was? Hey, warte mal, du bist doch diese Hanna-Vogel, die auch so ein gutes Zeugnis hatte! So, dritten durchschnitt 1-2 oder 1-3, oder? Äh, ja, genau, 1-3, woher weißt du das? Hey, Tom, das ist wirklich diese Hanna-Vogel, die auch dieses Problem mit Ritchie hatte, so wie wir! Das ist nicht dein Ernst! Das ist Hanna-Vogel? Ja, ich schwör's! Herzlich willkommen bei uns! Ich versteh grad echt kein Wort, warum kennt ihr meinen Namen? Woher wisst ihr das alles? Und wo denn wir kommen? Herzlich willkommen beim Club der Intelligenten, wir nennen uns die Nerdies, ich bin Lina! Nun ja, und meinen Namen musst du ja eben schon gehört haben. Ich bin der Tom, ich bin hier der IT-Spezialist. Mhm, Spezialist, ja, ja! Ist so! Äh, cool! Also, ich bin Hanna. Und was macht ihr so den ganzen Tag? Naja, also wenn wir nicht im Unterricht sind, der, 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 der Unterricht ist hier mega leicht. Also, ich kann eigentlich auch schon zwei, drei Klassen überspringen, aber ich bleib hier an der Sohle wegen Lina. Oh, Tom, das ist überhaupt nicht wahr! Ich hätte jetzt auch schon zwei, drei Klassen überspringen können! Und ich bin nur hier wegen dir! Ja, ja, wer ist hier wohl der Klügere von uns beiden? Ich natürlich! Oh Mann, was macht denn Hanna hier bei den Intelligenten, bei den Nerdies? Oh nein! Ey, Hanna! Sag mal, hast du dich verlaufen? Äh, Pia, nein! Ähm, was ist denn los? Hanna, weißt du denn nicht, dass das die Oberstreber sind? Du bist doch nicht wie die, oder doch? Oh Mann, oh Mann, Lina, das ist, das ist die Pia, die mich einmal so verkloppen wollte, weil ich was, was bei ihr rausgefunden hab. Oh Mann, bitte besitzt mich! Ja! Pia, das ist echt nicht nett! Das sind Lina und Tom! Die sind total in Ordnung! Und wenn die Oberstreber sind, dann bin ich halt auch ein Oberstreber! Oh Mann, Hanna! Na gut, Hanna, musst du selber wissen! Äh, Richi, was willst du denn hier? Lass Hanna in Ruhe, hast du gehört? Was? Pia, weißt du was? Die anderen haben ja Angst vor dir, aber ich nicht! Los, zieh Leine! Hey! Müsste dich ein! Tja, sieh mal einer an! Drei auf einen Streich! Die Oberstreber der Schule hier! Oh, Richi, was willst du? Du weißt, dass du hier nicht hinkommen kannst! Tja, du bist jetzt erstmal ruhig, ne? Oder brauchst du wieder eine Lektion wie beim letzten Mal? Äh, sag mal Tom, stimmt das eigentlich, dass Richi in der ersten Klasse immer noch seiner Mama gerufen hat und dabei geweint hat? Oder wie stand es nochmal an seiner Schulakte? Ach ja, stimmt, stimmt! Und das stand auch noch, dass er nur Milch trinken wollte und nichts anderes wie so ein kleines Baby! Ja, stimmt! Was hast du da gesagt? Nimm das sofort zurück! Ach, ach, nichts, nichts! Sag das noch einmal! Hey, Richi, lass ihn in Ruhe! Sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Lass uns in Ruhe! Ihr seid halt einfach voll die Oberstreber und das gefällt mir nicht, ist halt so! Du bist einfach neidisch! Nein, bin ich nicht! Nur weil ich nie die Hausaufgaben und so mache, das möchte ich auch nicht! Mach ich auch nicht! Das ist nur für Loser! Ach ja, Richi, was ich dich noch fragen wollte! Also, wann findet denn immer der Ballettunterricht hier in der Schule satt? Hä? Hä? Da nimmst du doch dran teil, oder nicht? Seht ihr in deiner Schulakte? Ich hab mich reingehackt! Äh, 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 wo, wo, woher weißt du das? Hey, woher weißt du das? Das stimmt gar nicht! Nein, das stimmt gar nicht! Ich lasse da immer meine kleine Schwester ab! Ich mach kein Ballett! So was mach ich doch nicht! Ah ja, das hab ich auch gehört mit dem Ballett! Und ich hab auch mal gelesen, dass er wohl so doll gepopelt hat, dass er Nasenbluten hatte! Stand alles in seiner Akte! Das, das, das stimmt nicht! Das war nur... Nein, das stimmt nicht! So was mach ich doch nicht! Das machen, das machen nur Streber! Ach ja, und, äh, Richi, was ich dich noch fragen wollte! Äh, wie läuft denn der Kochkurs mit deiner Mama? Ja, jetzt, jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Wisst ihr was? Ich, ich, ich hab keine Zeit für euch! Ich muss jetzt weg! Und all diese Sachen, die stimmen doch gar nicht! Woher wisst ihr all diese Sachen über Richi? Stimmen die wirklich? Also, ich hab mich mal ins, äh, Schulsystem gehackt hier! Das geht ganz einfach! Die haben ganz einfaches Passwort! Aber jetzt haben die wohl wieder ein neues! Und, und da hab ich in die Schulakte von Richi geguckt! Ja, die Sachen sind wahr! Und seitdem lässt er uns in Ruhe! Hm, weißt du was? Ich zeig dir noch ein paar andere Sachen! Komm mal her, Hannah! Oh, Tom, jetzt musst du aber nicht wirklich angeben hier! Oh, lass mich, Lina, doch! Das reicht! Zeig doch mal her! Was machst du denn da? Also, ich arbeite momentan an einer künstlichen Intelligenz! Und mit dieser Intelligenz, äh, äh, wird uns ermöglicht, äh, Auto zu fahren, ohne dass wir selber fahren müssen! Und das übernimmt dann alles diese Intelligenz! Aber da gibt's momentan großen Konkurrenten auf dem Markt! Den versuch ich auseinanderzunehmen! So was kannst du? Ja, natürlich! Günstliche Intelligenz? Klar! Das hab ich so vor zwei Jahren gemacht! Und jetzt, äh, versuch ich den weiterzuentwickeln! Oh Mann, Tom, du bist echt ein Riesenangeber! Also, wenn du mich fragst, Hannah, ich beschäftige mich gerade mit Weltraumforschung, einem Satelliten! Oh, immer die gleiche Geschichte! Ja, ich weiß, die NASA möchte dich haben, mich vielleicht noch nicht, aber das kommt noch, glaub mir! Oh, Tom, du musst es doch jetzt nicht hier so rausposaunen! Es stimmt, die NASA hat mir ein Jobangebot gemacht, aber ich mach erst mal meine Schule fertig! Das ist ja der Wahnsinn! Ich wusste überhaupt nicht, dass wir so intelligente Schüler hier haben! Also, Hannah, wenn du daran Interesse hast, dann kann ich dir das gerne zeigen mit der Weltraumforschung! Vielleicht möchtest du ein Teil von meinem Projekt werden! Das ist langweilig! Komm lieber zu mir! Oh, sei ruhig, Tom! Also, ich muss sagen, der Nerdies-Club, der gefällt mir echt gut! Ach, diese Oberstreber! Woher wussten die all dieses Zeug? Ich mach doch Ballett erst seit ein paar Wochen, davon hab ich doch keinen erzählt! Und, oh, woher wissen die das alles? Ich muss auf jeden Fall was dagegen tun!